3.3 3.3 3.3 Kubrom 37 Liter ca. 3000 PS Leistung die wir jetzt hier gleich hören werden und das ist ein richtig dunkler kerniger Sound in Europa Stop Liga gibt es auch Traktoren, die haben zweitens Motoren aufgebaut aber es ist einer schon Atemberaub, so ihr habt uns gleich gesehen Josef hat in den letzten paar Jahren etwas Probleme mit Beckenbeier hat heute gesagt Sie hören schon der Rolls-Royce-Royce-Groove ist aber eine Spur topfacher als der Edessen hat doch fast 10 Liter mehr rundum also ich weiß wenn der Wolferdinger geht dann heißt es Full Pull und ich drücke mir jetzt die Daumen dass er ohne das Technoordnig nach vorne der Kubik und der 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 wird jetzt jemand glücklich sein am Sitz Wahnsinns Full nach vorne und er läuft endlich wie man sich's vorstellt kein Backfire kein Leistungseinbruch ja der wächst durch die Tür Riesenapplaus für Herr Fries, da freut er sich.